Hallo und herzlich willkommen meine lieben Schnittchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim PeteStream. Oh, warte mal. Ich brauch ja gar keinen. Oh, der wird gerudert. Und dann gucken wir mal, ob wir heute endlich ein Uprank-Match hinkriegen. Ja, das wär mal ganz, ganz over-sepionized. Also ich bin gerade sehr kalt. Eigentlich bin ich heiß, denn ich hab überall schon gebrannt. So, in Valo hab ich gelernt, immer Pistole kaufen. Das machen wir jetzt auch. Oh, die schießen schon hart. Ja, zwei Mitte rechts. Einer ganz links. Genau, hinter der Banana. Oh, ganz links. Also da links. Oh, die Bombe liegt vorne. Vorsicht, da hab ich flash da. Oh, da waren zwei. Oh mein Gott, ich dachte, der wär umgefallen. Aber er ist zurückgegangen. Ich war dumm. Nee, ist ein guter Kill noch. Klang ein bisschen so, als wenn du gerade gekommen wärst. Aber sonst, alles gut. Nee, das war eher ein, um Gottes Willen, das ist jetzt zu viel auf einmal. Ist ungefähr genau das gleiche. Ja, ja. Ich werd dich protecten. Ich wär für A. Ist er, ist er close? Keiner ist close. Ja. Hab ich. Hat auch scoutet. Ich bleib hier gerade. So. Oh, nice. Richtig gut, lass B gehen. Ja, dann lass B gehen. Okay, dann kommen wir von hinten. Leckt noch ne M4 an der Wand. Guck, 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 guck. Wollen wir mal, haben wir ne, haben wir ne Smoke? Ja, was? Wir machen das. Flash. Noch ne Flash. Gott, die Flash. Nice. Noch einer close. Noch einer am Stunt. Hab ich. Oh, da kommt schon einer. Ja, der hat mich. Äh, 13. Nice. Oh, was? Oh, dem hab ich nur 33 gegeben. Plante für hinten. Libri. Ich geb Hit. Ich geb Hit. Das glaub ich schon. Ich geb Hit und Cook, äh, Gang. Ich geb Hit und Cook, äh, Gang. Mike, smoke mal lang weg. Lang. Ne, das kurz. Aber kannst du auch. Er crouched. Was? Libri. Da hat er dich durch die Wand geknallt. Ne. Ja, er kommt. Ist das on-site? An der Bombe. Defused. Nice. Defused. Was? Was? Hey, wir haben doch die ganze Zeit reingeschossen. Hä? Ich stehe da rechts noch. Was? Das war komisch. Hm. Richtig schön. Mach, mach Dev. Wir brauchen die Runde. Die müssen Echo haben. Die haben richtig reingecashed. Äh, wenn wir das einfach auch spielen. Bitte keiner. Da sind drei. Noch zwei, noch einer. Mitgepusht. Oh, nein. Hat go flasht. Einer ist noch so entwächst Banane. Oh, die war schön, die Flash. Nice. Ohne Hassliebe. Das ist okay. Alter kommt. Er ist. Ich hab einen den. Nice. Oh, richtig schöner Paid. Warte, ich springe rüber. Ja, oben einer. Na scho. Da ist die Aabe. Ey, wir haben einen. Rasen gemäht. Nina kam auf die wilde Idee. Hey, lass mal. Wir wollten morgen eigentlich Rasen mähen. Dann war sie so. Ach komm, Julius hat heute so schlechte Laune. Komm, vielleicht können wir das, äh, mit ein bisschen Rasen mähen heben. Und ich glaub, gestern Tierpark war ein bisschen wild für ihn. Ist das ein elektrischer oder? Der Tierpark? Warte noch kurz, Olli. Benni hatten gleich. Er war, war wild Tierpark, ja. Ja. Alter, bist du. Bist du böse. Pass auf CT auf. Oh. Dann musst du vorne brennen. Oder brennt. Wahrscheinlich noch Smoke und Molly. Da ist Kirche durch. Nein, von mir. Oh, lol. Nice. Oh, ho, ho, ho. So böse. Das war so wild für ihn. Der hat die Kaninchen gesehen. Das war das erste Tier, was wir quasi gesehen haben. Der war schon, der war schon völlig auf 3000. Und dann hat er Enten gesehen und dann ging's richtig ab. Und dann waren Ziegen da und dann, halleluja. Ja, also das, also jetzt, jetzt kann er ganz bewusst auch mal, äh, die Tiere erleben, die er alle in seinem Buch so sieht. Das ist halt nochmal was ganz anderes. Nice. Sepp hart im Rucksack auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt einer. Es pusht mich einer. Um Gottes Willen. Äh, lecker nicht. Ja, lecker nicht. Yo, dass sie mit der AE-Platz gemacht. Oh, was. Oh, ja. Kein Push hier. Second Mid. Geh mal Second Mid. Hardgas. Ja, die sind Apps. Ja, dann komm ich zu A und Sepp und Reni von hinten. Einer down. Nein, oh, zwei. Da ist noch einer jetzt. Oh, was? Ganz hinten. Einer im Kanal. Oh, was? Die Sau. Ei. Okay, nice. Der ist da immer noch. Nein, der ist einfach wartet. Die Wurst, ey. Wann waren wir Full Team? Ja, wir waren Full Team. Oh, der Scherf. Oh Gott. Ach, komm. Ach, der eine hat sich eine Aave geholt. Ja, moin. Der Endgabe ist Martin. Die Rapps. Die Rapps. Die Rapps. Die Rapps. Die Rapps. Ja, guck nochmal unten. Da ist so ein bisschen einer. Bei den Balkons. Einer unterm Balkon. Oh, hin. Von hinten? Wenn wir verlieren, dann steht das mein Geburtstag. Ja, die sind hier oben. Ich bin dumm. Oh, die war nice, die Feuer. War da deine, ne? Ja. Mega gut. Wenn man sich auf dem Blumentopf raufboostet. Auf B ist das ein nicer Spot, wo der eben rauskam aus dem Smoke. Jetzt spiel ich ernst und ihr kauft. Ah. Auf den Blumentopf raufboostet? Also hier? Ja, der ist auf die Mauer. Komm mal her. Nee, hier. Auf mich. Und dann jetzt da oben drauf. Hier? Ja. Kann ich ihn noch weiter hoch? Nee, ne? Aber das checken die meistens nicht. Das ist ja mega geil. Dankeschön. Haha. Guck mal, wir lernen ja doch noch was hier. Ja. Okay, dann gehen wir mal B, ne? Einer ist noch in der Gasse. Oh ja, mehr ist Moog. Mehr ist Moog. Dann gehen wir nicht B. Okay. Wir sind aber noch hinten. Keine Ahnung, die warten noch. Einer geht vor. Oh mein Gott, der drückt mir. Im Pool schon. Zwei on-site. Wir sind so verwirrt. Einer, äh, New Box. Oh was? Der war noch hinter mir. Oh, ich hab's nicht gerallt. Ich dachte da von euch da einer... Oh Gott. Naja, wir müssen nochmal Econ. Entweder Mitte oder B runter. E... Eher Mitte runter. B runter ist kacke, ja. Bitte. Ja, dann lass Mitte. Aber lauf alle rechts. Ja, ich geh vor. Also ich muss ja eh nur noch mehr rudern, dann... Muss ich nur sterben, genau. Aber? Was war das denn? Woher kam das? Der HT ist das. Äh, Brand. Ja, super, das läuft ja. Einer ist links hinter dir. Das gibt's doch nicht, Alter. Überall! Oh, die haben B lange auf jeden Fall gut gefeiert. Ja. Apps auch. Ich war Apps. Ach, du warst das. Wir sind oben. Ja, einer ist schon durch. Okay, dann rotier ich. Zwei durch. Ja, die sind... Oh, noch. Oh, schlecht. Haltet das noch. Tschüss. Das kommt nochmal hoch. Ach komm, der ist doch fast tot. Ja, moin, ey. Was? Ich hab schon wieder alle angeschossen. Eins. Na ja. Cookie Ace, Cookie Ace, Cookie Ace. Der ist close. Der muss hier raus. Dann ist er tot. Er weiß, dass ich da bin. Ne, weiß er nicht. Ja, zack. Weg, die Sau. Onside. Nice. Nice. Das war von euch ziemlich stark, muss ich sagen. Das ist eigentlich ein typisches Uprank-Match von Zap. Eigentlich schon, ne? Jetzt hätte ich das auch verdient, abgerankt zu werden mit der Leistung. Wir nehmen einfach jetzt für die erste Runde Rudern, nehmen wir alle Subs, die bis jetzt reingekommen sind an dem Abend. Sonst ist das ein bisschen unfair. Ach, Leute. Wenn ich euch erzähle, ja, dass ich auf dem Weg zu meinen Eltern Mama Lauda gehört hab, ja? Kennt ihr das Lied? Das ist ja eigentlich ein Schlagerlied. Aber, Fun Fact, das ist von einem Typen, der eigentlich Kinderlieder macht. Wahrscheinlich auch eigentlich ein Kinderlied, aber hey, alle Kinderlieder klingen so, als ob man die bei 8 Promille sich ballern kann und immer noch den Song kennt. Ja. Mama Lauda noch nie gehört, Sepp, wie geht das? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda, Mama Lauda, so ungefähr ist der ganze Songtext. Ich hab natürlich auch mir vorher mal wieder Tutorials angeguckt. Ja. Ah. Ich hab jetzt schon... Ich hab viel zu hart angefangen. Ich hab mit 40 Umdrehungen angefangen. Ne, das ist nicht gut. Aktuell bist du bei 5 Minuten insgesamt. Ramir hat 13 Subs verschenkt. Okay, 5,30. Ah. 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 Jetzt bist du durch, Sepp. Ah, ich bin durch. Wupp, wupp. Ja, 8 Minuten haben wir jetzt gemacht. Dankeschön. So, unser Support da draußen. So sieht das aus, wenn ich gewinne, wenn ich verliere. Sieht da doppelt so schlimm aus. Sieht da doppelt so schlimm aus. Ja. Ja.